Jetzt ist er schon wieder an. Heieieiei. Bei einer irres Hel... Boah, *** mich doch. Entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Nein, gut. Also, ich hab ein Budget. Ha! Wie dumm. So dumm, hey. *** my life. Die ist sogar so groß, dass ein paar Menschen drin stehen könnten. And. Warum gibt's eigentlich noch keinen Dönner, der Blitz und Dönner heißt? Oh mein Gott! Boah, Alter, das hat gerade 5 Minuten gedauert bei mir. Blitz und Dönner, Blitz. Dönner, Blitz und Dönner! Der war wirklich gut. Jetzt will ich aber nichts mehr hören.